Die ganze Zeit immer ein Messer mitnehmen, ein paar Zombies wegballern und dann geht es. Ich habe hier so einen kostenlosen Hunter dabei und der ist schon ein Stück zu 34. Aber man kann ja auch mal Glück haben. Glück ist es eigentlich nicht, sondern können. Von links, von da. Okay. Er ist links, links, links. Ah okay. Oh. Renn, 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 renn. Einen Hit brauche ich noch. Ey. Ich habe ihn gehittet. Hä? Komisch. Richtig komisch, Mann. Ich habe den zweimal mit der Pax, so einmal mit Fächern. Fasste aber in den Kopf so. Ja, jetzt hier. Hast du gutes... Ja, was hast du? Ja. Hast du eben gut gespielt, ey. Alter, wie schnell, ey. Beide hatten Lanze gehabt, ne. Ja, Mann, Alter, wie die spielen, ey. So richtig... Ja, naja, schlecht eigentlich nicht. Aber so, so zu schnell, weißt du so. Aber ich zeig mal eben, wir waren halt eben auch gut und haben die nicht so krass dran gelassen, ne. Ja. Ja. So, schau mal den hin, was.